Arbeiten und Gestalten mit Farben Farbe ist ein starkes Gestaltungsmittel. Du kannst passend zu deinen Fotos Rahmen einfärben, Texte in bestimmten Farben schreiben, Deko-Elemente einfügen und so deinem ganzen Buch die richtige Farbe geben. Tipp! Farben erzeugen Stimmungen. Für Hintergründe gilt Abendstimme oder Nachtaufnahmen dunkle Farben. Fotos mit Tageslicht oder Sonne brauchen helle Farben. Texte sollten gut lesbar sein, vielleicht in einem dunklen oder hellen Grau. Überschriften können ein passender Farbtupfer der Seite sein. Für Rahmen, Umfotos oder Texte verwendest du dünnes Weiß oder auch gern helles Grau. Es soll alles nicht zu bunt werden. Dieses Beispiel. Verwende einen Hintergrund für die Doppelseite. Die Rahmen passen sich gut an die Gestaltung an. Hier bilden die weißen Rahmen einen guten Kontrast und heben so die Fotos hervor und grenzen sie voneinander ab. Die kleinen Cliparts wie die dunklen Spitzen auf der rechten Seite verstärken noch die Form, die unter diesem Foto liegt.